So, weiter geht's mit Zelda und ja, wir müssen jetzt wieder zu dieser Alten und dort den Stab vorzeigen, genau. Ähm, zum Wolf... Ne, wir wollen uns teleportieren. So, das war hier, ne? Hier? Ist es nicht klüger da, mich irgendwie... Eldin Brücke, oder soll ich mich... Ja, doch, das ist richtig. Ja. Ich denke mal, wir bleiben dann auch erstmal, äh, als Wolf bestehen. Denn, ähm... So bin ich schneller und ich habe jetzt keine Lust, Epona zu suchen mit der Pfeife. Ich glaube, wir schaffen es trotzdem recht, fuck ich, dorthin. So, auf geht's! Komm, 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 komm. Ja, obwohl es ist schon ein bisschen langsam. Aber ich glaube, das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. So, den ganzen Weg wieder dahin. Wir waren ja nicht vor ein paar Sekunden noch dort. Ne, so ist das nicht. Hm, 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 wir sind schon fast da. Wir müssen einfach auf diese eine Brücke... Au, wa. Auf diese eine Brücke achten. Denn die sagt uns, wann wir rechts abbiegen müssen. Da ist sie auch schon. Hallo! Hi! Keine Zeit mit euch zu spielen. Und wir sind auch schon da. Hm. Ging ja schnell. So. Ich hoffe, ich kann mich jetzt auch hier zurück verwandeln. Das wäre nämlich... Äh, nicht gut. Oh, Katzen. Ja, ich meinte, das mit den Katzen muss ich auch spüren. Lass uns spielen. Alles weiter erklärt dir der Boss der Hühner. Der Boss der Hühner. Hört sich ja irgendwie cool an. Aber... Ein anderes Wort für Boss der Hühner wäre Hahn, denke ich mal. Egal, wir gehen jetzt erstmal zu der Alten. Und machen danach das mit diesen... Hühner-Boss-Dings, ne? Hm, hm, hm. Hallo, Oma. Hallo. 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 Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten, aber fühle dich bitte wie zu Hause. Hm, hm. Hier ist der Stab. Oh, dieser Stab ist das etwa... Der Kopierstab? Bist du etwa der Herald der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft inne wohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herald der Wolken wurde er gestattet, diesen Stab zu tragen. Wurde es gestattet. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herald der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Vielen Dank. Vielen Dank, alte Oma. Hätten wir auch gerade eben gehen können. Ähm, dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kulumanern, äh, geschehen. Kulumanern, ja. Kulumanern, ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht gezoffen hätte, wäre es alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesem Ding zu untersichten. Ähm, nein. Ich denke nicht. Egal. Wir haben jetzt dieses Dokument, und ich denke mal, damit müssen wir jetzt zu diesem, äh, Archäologen. Ich weiß nicht, wie der hieß. Hieß er Leonard, oder war Leonard dieser Schwert-Typ aus meinem Dorf? Ich weiß nicht mehr genau. Okay, wir suchen jetzt den Boss der Hühner. Ähm, komm, lass uns spielen. Ja, la, 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 la. Ah. Ich dachte, der war immer hier. Nein, ich wollte dich nicht ansprechen. Tut mir leid, Katzi. Pussycat. Aber es ist nicht so die Vase-Pussycat, denn die Vase-Pussycat ist in Velma's Bar. Und versteckt sich dort. Ähm. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Habt ihr's auch gesehen? Habt ihr's denn auch gesehen? Wenn nicht, dann zeig' euch, was ich meine. Du, 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 zum Wolf werden wir gern haben. Hallo? Aha, nein. Ah, nichts unterfallen. Dumm. Verfolgst du mich? Komm, verfolg mich. Verfolg mich, verfolg mich, komm. Ach, dann nicht. Ich muss wie ein Mensch werden. Das war ziemlich blöd von mir. Ich weiß, aber... Kann ja mal jedem passieren. Das sah ich wahrscheinlich nicht aus, hab ich mir gedacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber beim dritten Mal schaffen wir es ganz bestimmt. Und diesmal werde ich ganz oben die Kante anvisieren und dann zuschlagen. Zack. So, zum Wolf werden. Und diesmal werden wir das ein bisschen klüger anstellen. Ha, einmal hab ich dich erwischt. Und zweimal hab ich dich erwischt. Und dann wollen wir diesen Fangstoß mal ausprobieren. Mal schauen, ob's klappt. Natürlich klappt es. Natürlich. Und nun. Und nun, und nun, und nun suchen wir den Hühner. Hühner, Hühnerfitzen-Boss-Hahn. Hier etwa? Nein. Nein, ich wollte dich nicht ansprechen. Hört doch auf, mich zu nerven, ihr Kleinen. Hier etwa irgendwo? Nein, 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 nein. Hä? Ich weiß nicht, ob man das jetzt bei euch hört, aber da ist irgendwo so ein Stein der Fall. Also ihr wisst, was ich meine. Diese, diese Steine, wo ich... Oh, hier, Katzen. Ja, ich weiß, wo es jetzt ist. Da ist auch... Na, da ist auch der Hühner-Boss. Lauschen! Mitte unten. Mitte oben. Okay, ich kann es mir eh nicht merken. Mitte unten. Mitte oben. Mitte oben. Mitte lobtidoo. Ja. Ungefähr so. Okay, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Mitte, unten, Mitte, oben, unten, oben, Mitte, oben, Mitte. Und wir haben's geschafft. Yippie, yeah. Hm. Mal schauen, wo wir diesmal diesen Wolf-Typen antreffen werden. Heulen. Ach ja, wir müssen ja immer zweimal heulen. Oh, ich hab's schon verkackt, glaub ich. So. Und nach oben, unten. Oben, Mitte, oben, Mitte. Und schon erlernen wir bald die neue okulte Kunst. Wenn ich ihn mit dem Schwert in der Hand, handtreffen werde. Aha, das ist, das sieht immer sehr, ich find das sieht cool aus hier so. Über, über der ganzen, über der ganzen Stadt, über Hyrule halt. Hoch in den Wolken. Heulen sich die beiden Wölfe an, um sich zu verständigen. Ja, du musst mich finden. Schön. So. Ja, ja, ja. Mit dem Schwert in der Hand, hab ich doch gesagt. Nur frage ich mich, wo ich dich finden werde. Aber das wird mir ja zum Glück jetzt auch angezeigt. Ja. Ja, das ist, das sieht so schlossmäßig aus, ne? Aber kann ich da jetzt schon hin? Gute Frage. Äh, wie hast du hier nur hergefunden? Das hier ist ein vergessenes Dorf. Wir haben hier 30, nein, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich ein paar der Katzen, die früher hier lebten, wieder im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürften nicht zu viele für dich sein. Könntest du dich nicht ein wenig mit ihnen beschäftigen? Mh, ja. Ich weiß nicht mehr, was ich da bekomme. Aber wenn ich schon mal hier bin, dann mach ich das jetzt auch. Ich hoffe, es wird wenigstens ein Herzteil sein und nicht irgendwie so Biene. Das wäre nämlich sonst ziemlich lame. Mal schauen, wie ich mich jetzt hier schlagen werde. Und ob es auch schnell geht, ich weiß es nicht. Ich hoffe, es geht schnell. Das, aber ich, ich weiß nicht. Das sind 20 Katzen, 20 Katzen sind wirklich viele Katzen. Ich hab noch nie 20 Katzen an einem Fleck gesehen, aber... Ja, wieso wird diese Tür wieder gezeigt? Ähm, das macht keinen Sinn. So, da oben ist eine. So. Miau, ist das lustig? Nummer eins. So. Miau, ist das lustig? Nummer zwei. Haha. Da ist Nummer drei. Miau, ist das lustig? Nummer drei. Wie sollen wir das hier angehen? Sollen wir es systematisch angehen oder sollen wir einfach hier drauf los suchen? Ich werde systematisch angehen. So gut es geht. Hier ist Nummer vier. Ähm, ja, das ist Nummer vier. Da ist Nummer fünf. Ja, das ist gut. Ähm, hab ich dich schon? Ja, ich glaub dich hab ich schon. Aber dich hab ich hier noch nicht. Nummer sechs. So. Hier ist keine, aber hier ist eine. Ähm, das ist Nummer sieben. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Ähm, Nummer acht. Okay, ich hab schon fast die Hälfte. Hier ist auch eine. Nummer neun. Hier auch noch eine. Ja. Ah, das ist Nummer zehn. So, jetzt gucken wir uns mal in den Häusern um. Hier irgendwo. Haha. Das sind die alten Tricks. In den Fässern verstecken gilt nicht. Komm, ist denn das auch noch kaputt? Ich kenne eure billigen Tricks hier. So, ähm, ja, das sieht doch auch hier ziemlich verdächtig aus. Danke. Miau ist das lustig. Ich nur mal zwölf. Hier auch eine? Nein. Hier eine? Schade. Ja, ich glaub, wir müssen einmal hoch. Hm, wie machen wir's? Wie machen wir's? Ich hoffe, dass das nicht jetzt resettet wird, wenn ich mich zur Rückfahrung will, aber ich glaub nicht. So. Ob wir diesmal beim ersten Mal hier hochkommen, das ist hier die Frage. Ja. So. Katze hier irgendwo? Keine Katze hier. Hm. Das ist aber nicht schön. Hier vielleicht? Das sieht verdächtig aus. Nein, es ist nur ein Herzchen und Pfeile. Auf der anderen Seite. Na, 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 na. Hier ist eine Katze. Zum Wolfhären. Und das ist Nummer 11. 13 schon, wow. Okay, noch 7. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Ich versuch jetzt was. Gewagtes. Okay, ich, ähm. Muss da mit A-Knopf drüberspringen. Mit dem A-Knopf. Sonst, äh, bricht er nicht durch das Fenster durch. Das muss jetzt beim nächsten Mal klappen, denn sonst muss ich wieder mich zurückverwandeln und das ist schon ein bisschen anstrengend. Auch für den Zuschauer. So. Ähm, zum Wolfhären. Hoffentlich schaffe ich den Sprung, hoffentlich schaffe ich den Sprung. Drückt mir die Daumen. So. Okay. Geschafft. So. Das ist Nummer 14. Ist hier auch noch was? Nein. So. Dann wollen wir mal kurz hier drüberschleichen und... Okay. Da muss ich eh durch. Ähm. Hier durch. Hier auch eine Katze? Ja. Ähm, miau. Ist das lustig? Nummer 15. 15 habe ich. Hö, da ist ja noch eine. Nummer 16. Yeah. Hier waren zwei Katzen. So. Hier ist anscheinend nur... Hier ist anscheinend nur der Hahn. Schau trotzdem mal genauer nach. Aber ich glaube nicht, dass die mich so derbe verstecken. Oh. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Komme ich denn hier durch? Nein. Da komme ich nicht durch. Hm. Ja. Wir verwandeln uns wieder zurück. Und benutzen wieder den Endhaken. Um hier hoch zu gelangen. So. Denn da wartet schon die nächste Katze auf mich. Hallo. Ähm. Ist das lustig? Nummer 17. Noch zwei. Komm schon. Das muss machbar sein hier. Vorsichtig, Link. Das ist 18. Noch zwei. Hier drüben noch eine Katze. Hm. Zwei Katzen fehlen mir noch. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die finden könnte. Nee, da komme ich wieder zu dem Hof, ne? Ho. Ho, ho, ho. Nee, nee, nee. Hier wollen wir nicht lang. Ho. Wo sind die letzten zwei Katzen? Da, 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 da. Hier vielleicht? Nee. Katzen, wo seid ihr denn nur, Alter? Hey. Nein, dich hatte ich schon. Ich glaube, ziemlich am Anfang habe ich noch irgendwas übersehen. Sicher bin ich mir nicht. Machen wir alle überhaupt süßen hier? Wir kennen uns auch schon. Kenn ich dich denn schon? Nummer 19. Hat sie hier versteckt. Äh, Link, komm hier raus. Hier vielleicht irgendwo? Scheint nicht der Fall zu sein. Bloß nicht rausgehen, sonst muss ich nämlich alles normal machen. Hä? Hier irgendwo? Nein, das war Navi. Navi, komm. Äh, nerv mich nicht. Hier, geh mal dafür ab, genau. Wo könnte sie die letzte Katze sein? Hm, 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 wie ich sowas mag, wenn eins noch fehlt. Da konnte ich nicht rein. Hier! Nummer 20! Ja, wir sind alle Freunde! Hm, 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 wir haben's geschafft. Und jetzt sagen wir dem Bescheid. Vor der alten... Hä? Was? Wie? Wo? Hä? Äh, der Preis ist vor... Ist vor dem Haus der alten Frau. Danke, vielen Dank beim nächsten Mal. Ja, gut. Wer baut eigentlich die Fenster hier alle wieder nach? Ach, ich glaub, die Katzen sind alle Glaser von... Oh! Oh! Haha, cool. Ja, es hat sich doch gelohnt, ne? Sag ich mal. Und nun, nun wollen wir... Ich überleg grad, ob wir erstmal... Ich glaub, wir werden erstmal jetzt nach Chesul gehen. Und dort den Wolf irgendwie finden. Ich hoffe, den kann ich da irgendwie... ... überhaupt schon erreichen. Denn eigentlich ist ja der... ...äh... ...das Schloss abgesperrt, glaub ich, durch die Siegel. Ja, das ist ja der... Ja, das ist ja der... ...